Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Heute wollen wir uns mit der Konservierung von Lebensmitteln beschäftigen. Hast du dich schon einmal gefragt, wie man Lebensmittel früher haltbar machen konnte? Schon die Jäger- und Sammler kannten Methoden, um Lebensmittel für Notzeiten zu konservieren. Diese Methoden werden bis heute angewandt, auch wenn sie mit der Zeit immer weiter optimiert wurden. Welche das sind und welche Methoden in jüngster Zeit hinzugekommen sind, wollen wir uns nun einmal genauer ansehen. Warum ist es eigentlich so wichtig, Lebensmittel haltbar zu machen? Frische Lebensmittel verderben leider sehr schnell. Das Essen von verdorbenen Lebensmitteln kann ernste gesundheitliche Folgen haben. Da viele Nahrungsmittel aber längere Zeit gelagert werden oder auch über weite Strecken transportiert werden müssen, ist es wichtig, Lebensmittel zu konservieren. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. WDR 2021 Vielen Dank.